Was ich persönlich so schön an dem Stricken finde, dass man am Ende ein Ergebnis hat. Also man ist beschäftigt und man hat nicht einfach Zeit verschwendet, sondern man hat am Ende ein Ergebnis in Form von einem Schal, eine Mütze oder eben so ein Cardigan. Und deswegen liebe ich das Stricken. Ich finde gerade das About Berlin Heft immer super, gerade wenn man bedenkt, dass junge Designer supported werden und auch die Möglichkeit haben, ihre Kollektion in Form von Strickdesign einzubringen. Und ich finde es auch schön, dass man ein Gespür von Berlin bekommt, von dem Zeitgeist Berlin. Und ich freue mich jedes Jahr auch ein Teil davon zu sein und die neuesten Kollektionen tragen zu dürfen. Sie darauf an, dass man dabei macht. So machen dich ab. Ich freue mich sehr. Ab und ich freue mich wieder. Ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020